Es ist Freitag, es ist Tech-Night-Zeit. Eigentlich sollten die Kollegen der Videoredaktion jetzt schon hier sitzen, aber das Sofa ist leer. Weiter und weiter niemanden zu sehen. Ich frage mich für die Stecken und ich glaube, ich gehe einfach mal gucken, weil irgendwie haben die den Termin vielleicht vergessen. Gucken wir mal. Bisher wissen die doch, dass wir jetzt das aufnehmen. Das ist schon komisch.